hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft ja so was wollten wir wir wollten hier diese ecke abtragen und es ist gut so da ist alles folgt einem großen plan ja man erkennt ihn halt nur nicht aber das stimmt schon so nein es ist wirklich das kuhgehege ränder das rinder gehege wird größer wir haben hier unten dann mehr platz sind nicht so von diesem krassen berg bedroht der berg bedroht uns wir müssen ihn abbauen hier den boden ja natürlich der boden das muss auch alles erde werden allerdings brauchen wir dann kann das rinder gehege ganz normal da in der ebene stehen und ist nicht so um den berg hineingedrückt sieht viel schöner aus und wir können es auf die gleiche hänge die höhe ziehen also tiefe wie das bühne gehe und gleich sie was gleich sie muss dann ist das projekt beendet so nur noch ein paar steinchen essen könnte man auch irgendwann mal was mhm sachertorte mit schlagobersch so und hinauf hinauf so 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 wir sind gleich durch wir sind gleich durch und na 6 h ja ist das nicht toll schon oder und das stört wir müssen den berg verkürzen das ist doch schon schön oder ja ich mag das und zwar so mag ich das so dann nächstes projekt schlafen gehen und essen wir haben jetzt alles mal weg und nein nicht in die kiste so haben wir hier noch ja genau die birken setzlinge dann wollten wir eine und eine reserve schaufel das wird uns nicht reichen wir machen das trotzdem mal wir können ja nachholen ist ja nicht so dass das alles aus extrem außer der reichweite so ein wenig brot das brot ich esse brot nur bei geöffneter tür ist das schön der morgen hat gekraut ich komme nicht bei der tür raus jetzt und wir stehen direkt von dem kuhgehege hammer oder hammer und wir können jetzt ohne irgendein problem ohne springen zu müssen zum bergbauern hammer oder 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 so ich muss jetzt überlegen wir hier mit der ebene schon beginnen fahrt das fleisch während ich überlege werden wir das holz hier weg nehmen ihre campata schon nicht ursprünglich vor 500 folgen gesagt du willst mehr holz abbauen mache ich doch für diejenigen die sich fragen warum das derzeit so kurze folgen sind weil doch die folge nummer 75 über 30 minuten hatte ihr könnt euch erinnern an den holzklau im insel picture die begründung liegt darin dass ich ersucht wurde kurze folgen zu machen und eine zeit lang wieder täglich hochzuladen ja gut diesen bunt wollte ich mich jetzt wollen hier muss man ich werde überlegen und ich möchte dich ohne axt einbinden um die überlegung und zwar hier hätte ich gerne seine zwischen ebene eingezogen die etwas tiefer ist als die ebene des bergbauern zum beispiel hier und hier eine baumplantage bis hierüber ja was sagst du dazu ich denke dass das toll ist so ich werde das mal markieren hätte ich mir gedacht wenn das hier die ecke ist die ecke des bergbauern dann könnte das hier hier die ecke der hier natürlich hier die ecke der baumplantage werden was sagst du gut während du überlegst überlege ich auch danke fürs dabei sein bis zum nächsten mal